Ich habe hier die Aussage eines Arbeitskollegen. Sie erinnern sich an das Dezernatfest? Neigt Ihr Mann zu Gewalttätigkeiten? Okay. Wir haben uns vor ein paar Wochen getrennt. Aber das macht ihn noch nicht zum Mörder. Er war's nicht. Woher wollen Sie das wissen? Sie sagten doch selbst, Sie hätten den Täter nicht gesehen. Hier. Das lag in meinem Briefkasten. jegung." weil das so gut flacher ist. Untertitelung des ZDF, 2020